Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Habit Online Farm. Den werden wir erstmal kurz laden, damit der was gescheites macht. Dann holen wir den anderen weg. Die nönt sich. So und los gehts. Mal schauen wie du fährst. Passt. Du gehst, gehen Heimat, waschen und so weiter und so fort. So. So. Den haben wir schon mal reparieren. Den Hotline Reparatur und den auch. So haben wir das alles fertig schon repariert. So. 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 Vielen Dank. So, das sieht er schon wieder sauber aus. So, abstellen, passt. So, das geht noch mal hier rein. So, abstellen passt auch. Jetzt müssen wir kurzzeitig aufräumen. So lange ich ja mit den Dings zu tun habe, braucht es jetzt erstmal nichts anderes. So, das muss man doch spielen. Du läufst. Dann bin ich später noch weg. So, let's go. So, das ist gut. So, das ist gut. So, das ist gut. So, da können wir noch Freischick die wir brauchen. So, das ist gut. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So sind wir gleich da. Oh. 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 So, und einmal abladen. Die Zähne gibt nicht ganz so viele Kröten, hab schon Eindruck. Aber da kann durchgehen. Oh, Katze, mal rumgetrunken, geht mir auf den Zünder, geh runter. Oh, jetzt bin ich wieder mal Kletter gehoben für die Katze. Manchmal habe ich ja kein Problem, wenn ich für mich alleine zocke, wenn sie da auf mir rumtonen, aber wenn ich hier gerade nicht aufnahme bin, ist es ein bisschen spüren. Und ... da ... 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